Hi ho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Diese Stadt ist ein Schandfleck. Sie hätte besser gar nicht gebaut werden sollen. Ja, deine Meinung, Jaira. Nein, Baldur's Gate ist eigentlich ganz lustig. Es gibt nur halt sehr, sehr viel zu erkunden. Wie man sehen kann, wir sind noch nicht mal richtig durch. Wir haben nämlich das Gebiet noch, dann das Gebiet und dann das Gebiet. Und wir müssen das Haus der Dame finden. Das, ich glaube, dieses Gebäude hier ist, also in dem Gebiet. Und das bevor wir an dem Gift krepieren. Ja, soweit so gut. Wir waren jetzt das letzte Mal in dem Gebäude drin. Dort sind wir dem verrückten Krieger und seinem Butler begegnet. Und da war gerade ein Leck. Das kommt vielleicht von der Hitze, weil es ist immer noch ziemlich heiß bei uns. Viel zu heiß eigentlich. Ja, jetzt gucken wir uns aber erst mal in dem Gebiet hier fertig um. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Stadtmauer. Das hier sieht interessant aus. Tempel von Helm. Oh ja, da will Thalysa auf jeden Fall mal rein. Da sie ja seit einer ganzen Weile... Ja, seit sechs Leveln. Klerikerin des Helms ist. Wir sind da unbedingt mal rein. Und hier ist noch ein Teil vom Herzogspalast. Ja, das hier ist nämlich der Herzogspalast hier in der Mitte. Die Tore sehen hier offen aus. Ja, aber hier ist ein großes, schweres Gittertor davor. So. Wir gehen mal in den Tempel von Helm. Genau sieht man in der schönen großen, imposanten Hand. Und hier ist ein Helm. Ja, Thalysa ist da hoffentlich mittlerweile ziemlich frei von Sünde. Wir kommen beim wachsamen Schild. Unsere Hingabe an den niemals Hohenden ist unerschüttert. Bitte erlaubt uns euch unter den ewigen Blicken von Helm zu beschirmen und zu beschützen. Sorry, aber die Vorstellung, stelle ich euren bebohrenden Blick im Nacken zu haben. Geht mir gegen den Strich. Ich will die Schirche schon selbst. Nein, das wird Thalysa als Helm-Priesterin sicher nicht sagen. Gucken wir uns lieber mal die Dienste an. Identifizieren. Na komm, wir haben Helm des Ruhmes und Handschuhe der Waffenfertigkeit. Die hatten wir ja schon mal gefunden. So, jetzt brauchen wir noch Dienste in Anspruch. Jedem mal eine Heilung verpassen hier. Ah, wie viele Lebenspunkte hat sie jetzt? Da kriegt noch mal eine große. Ja, bei ihm auch. Bei ihr auch. Bei Milz auch mal so. Imoin. Ne, die braucht keine. So, jetzt sind wir geheilt. Und wieder fit genug. So, jetzt gucken wir uns aber mal kurz die Gegenstände an. Wir haben den Helm des Ruhmes. Helm des Ruhmes. Helm des Enten. Dieser nach seinem ursprünglichen Eigentümer, Zertein, dem Edeln benannte Helm, sah viele große Schlachten in seinem Besitz. Er wurde schließlich an den Knappen von Zertein weitergegeben, der ihm fast sie jahrelang treu gedient hatte. Doch dieser junge Mann hatte weder die Kraft noch das Talent dazu, das Vermächtnis seines Meisters fortzuführen. Man sagt, dass er im Kampf um eine gerechte, aber hoffnungslose Sache sein Leben verlor. Und der Helm wechselt jetzt seither häufig seinen Besitzer. Oh, arme Schicksal. Rüstungsklasse plus 1, Charisma plus 1. Kann nicht verwendet werden von Zauberkollegen Baden-Dieben. Das ist der perfekte Helm für Clarissa. Minz steht der Helm nicht besonders gut. Was macht der Helm nochmal? Schützt vor kritischen Treffern. Ah, dann kriegst du den Markkallid. Und der da wird verkauft. Die Frau Vision zu machen, wir eh nicht. Und Waffenfertigkeitshandschuhe. Minz trägt noch keine Handschuhe, gell? Nein. Der hat jetzt ein ETW von 9. Okay. Ja, beinahe unter meiner Würde. So. Dann gucken wir mal. Äh, von hier oben kommen wir, glaube ich. Ja, von hier oben kommen wir. Dann müssen wir hier unten an der Mauer entlang gehen. Gehen. So. Da hockt wieder einer auf der Kiste. Edelmänner. Das hier sieht aus wie ein Ausgang. Schwarz-Drachen-Tor. Ja, hier könnte man theoretisch baldos Tor verlassen. Oder? Ja, nicht ganz. Das ist das Tor hier. Ja, das ist jetzt gerade durch das erste Tor gegangen. Bist du jemand wichtiges? Nein, du bist noch ein bürgerlicher. Also ja, das ist das Schwarz-Drachen-Tor. Die Drachen mussten wir zum Glück bis jetzt noch nicht rumschlagen, nur mit jüngeren Würms. Also den großen Würmen mussten wir zum Glück nicht erlegen. Der war schon tot. Ist das nicht in Ordnung? Dieses Haus fällt schon aus der Angel. Oh, der will mit uns reden. Hey, so wie er aussieht, könnte ich schwören, ihr kommt aus den Abwasserkanälen. Was meint ihr damit? Die Abwasserkanäle kleiner. Eine Runde durch das Kellergewölbe der Stadt, okay. Warum zeigt ihr uns nicht, wie man da hinbekommt? Das brauche ich euch nicht zu zeigen. Hier gibt es mal Eingänge. Suche einfach nach den Gittern für die Abwasserkanäle. Die meisten lassen sich einfach hochheben und ihr könnt runtergehen. Wie ich gesagt habe, das Kellergewölbe der Stadt. Das sollten wir uns merken. Also gibt es in den Abwasserkanälen ein Gewölbe. So. Da waren wir schon drin, da waren wir noch nicht drin. Und dann haben wir auch das Gebiet hier erkundet. Gut. Können wir da einfach so rein? Ja, können wir also. Könnte er jetzt ein Laden sein. Bären. Wer bist du? Verdammt Katze. Ich dachte, Petrin würde das Biest mitnehmen. Aber da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe heute Bären aus Ballastro in seinem Haus besucht. Er scheint über eine Katze, Ferger zu sein, in der er herumstreift. Außerdem hat er den Namen Petrine erwähnt. Uff. Ist die Katze oben? Können wir die mitnehmen? Nichts leichter als das. Nehmen wir die Katze mit. Petrin. Okay, die Katze können wir schon mal nicht mitnehmen. Da liegt ein schlafender Elf. Okay, wenn wir eine Petrin finden, müssen wir ihr Bescheid geben. Das wäre hier nicht aus diesem Haus rauskommen. So. Dass da jemand, dass sie ihre Katze abholen soll. Okay, den Herzogspalast geben wir jetzt erst einmal nicht. Wir gehen jetzt erst einmal in dieses Gebiet hier, wo wir nicht rein können. Weil wir dazu da drüben raus müssen. Sehr schön. Hm. Wie sehen die ETW-seitig aus? Drei zählen. 20 Kars. Ich hätte gern 20 Konstitutionen. Da hätte Talisa einen Autoheal. Dann würde sie sich nämlich beim Rasten vollständig heilen. Was ganz cool gewesen wäre. Gut. Der eine Zwerg in Berikos, den wir hätten mitnehmen können, der kann das nämlich. So. Was gibt es hier? Edelmänner. Edelfrauen natürlich. Vielleicht finden wir ja hier diese Petrin. Du bist ja, denn ich verschwinde. Schönen, Leute. Bitte aufmachen. Komm, ihr Startwürde dagegen, dass wir quillen. Denn ich verschwinde jetzt. Ein paar Gehäuse, Stiftflug, Flussabwärtschaos am Südhofer, nerdlich vom Tempel der königlichen Schlampe. Sie haben meine Kumpel Nester in die Tiefe gezogen und fast hätten sie mich auch noch mitgenommen. Drum geht es mir so mies. Nesters Bauer wird bestimmt zumindest einen Teil von ihnen begraben. Aber ich habe immer noch zu viele Albträume. Und so, um dahin zurück zu gehen. Ein junger Gnome namens Quinn hat mir erzählt, dass einige Ankeks stromaufwärts von Beidostor am Südufer Unheil angerichtet haben. Gleich nördlich vom Haus der Hexe Tenier. Sein Freund Nester wurde bereits von ihnen getötet und Quinn hat mich gebeten, dorthin zurückzukehren und seine sterblichen Überreste für die Beerdigung zu suchen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass von Nester noch viel übrig ist. Ja, Ankeks spucken Säure. Aber der Junge ist am Trauen nicht, will ihm seine Bisse deshalb nicht abschlagen. Wir haben da ein Dolch, ein Dolch. Das ist Nester das Dolch, den ihr da habt. Ich habe gesehen, wie er ihn einem Ankek in den Panzer gerammt hat, bevor er ihn runtergezogen hat. Hier nimmt diesen Edelstein. Wir wollten ihn hier in der Stadt versetzen, bevor alles anfing so schief zu gehen. Schnief. Seine Mama wird euch richtig dankbar sein. Geht er jetzt? Oder läuft er nur hier rum? Der läuft nur hier rum wie vor der Tarantel gestochen. Okay. Wir haben einen Shandon bekommen. Auch gut. Und nochmal 950 Erfahrungspunkte. Das wird ja langsam sitzen. Nur noch 12.000. Bist du auch jemand Wichtiges? Nein, du bist nur ein Bürgerlicher. So, damit haben wir das Rätsel um Nesters Dolch erledigt. Nur ist gut, dass wir den mitgenommen haben. Bis jetzt wäre der nämlich vielleicht weg gewesen. Ruf der Gruppe hat sich verbessert. Gegenstand gewonnen. Gegenstand eingebüßt. Sehr schön. Denn ich verschwinde jetzt. Ah, ja. Lukas zu Kalid, dass er verkauft werden kann. Wir haben definitiv zu viele Heldentränke. Schutzformel gegen Gift. Irgendwelche Stärketränke. Helden-Trank mal zu Minsk. Der könnte den zur Not trinken. Trank der Schöpferkraft. Ja, diese Tränke sollte sie auch irgendwann mal verbraten. Und die Feuerbeischriftrolle. Okay. Wir sind hier irgendwo in der Pampa. Ja, halt, wir gehen oben rum lang. Ist besser. Dann können wir nämlich von unten aus, vom unteren Rand an irgendwo ins letzte Gebiet, was wir doch zu erkunden haben, gehen. Das Haus, das sieht schon mal wichtig aus. Das Haus hier auch irgendwie. Also jedenfalls sieht sie groß aus. Und wir können sie betreten. Hey, Kollege! Oh. Connolly Finn. Es freut mich, weil ich euch eine Bekanntschaft zu was kommt. Was bringt euch zu Connolly Finn? Möchtet ihr eine Geschichte über Verrat oder den Edelleuten hören? Oder ein paar Schandtaten in dunklen Gässchen? Bei einem Gässchen Bier hört man so manches. Worüber unterhält sich das Volk so die Tage? Das gemeine Volk. Ich kenne niemanden, der sich so gerne so nennen lässt. Viele würden wahrscheinlich sogar sagen, dass jede Leute viel weniger interessant sind als das gemeine Volk. Es steht uns frei zu gehen, wohin wir wollen und mit allen zu sprechen, mit denen wir möchten. Adelige müssen Angst haben, in schlechter Gesellschaft zu gehen und am falschen Ort überrascht zu werden. Es wurden schon viele Geschichten über die vergeblichen Bemühungen Adeliger Nahrung erzählt, die ihre Handlungen zu verbergen besuchen, insbesondere hier. Gehst du jetzt? Ja, du gehst. Was hast du zu erzählen? Würde dir gerne was trinken? Nein. Nein. Die Treppe ist wahrscheinlich wieder in... Ja, die ist Work in Progress. Bist du wichtig? Orinol Mann? Bürgerlich. Ja, und dann ein paar Hände?